Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren Bad von Alex. Muh. Wir müssen Konverter ausschalten. Wir wollen es zumindest mal versuchen. Ehrlich gesagt sehe ich da schon ein bisschen schwarz. Aber es wird uns schon irgendwie gelingen. Sagen wir jetzt einmal diese Eisschnabel hier fertig. Es geht los. Ja, es geht los. Du sagst es. Würdest du bitte meine Süße mitruhen lassen? Du bist Fisch. Geht ja. Wir brauchen auf jeden Fall noch ein Level Up. Dann können wir zwei Sachen machen. Zum einen nochmal versuchen 4000 Elixier zusammenzubringen. Gute 4000. Und zum anderen können wir unsere Axt wieder aufwerten. Und dann würde sie wieder mehr Damage machen. Und diese Maschinen machen mich fertig. Diese Maschinen machen mich fertig. Ich mag die nicht. Kleiner blauer Stein. Das ist hervorragend. Elixit. Es ist auch hervorragend. Boah. Na, heb auf. Geht ja. Ähm, ja. Mir wird ganz anders, wenn ich mir vorstelle, dass es bald überall so aussehen könnte. Na, na. Das werden wir schon zu verhindern wissen. Hoffentlich. Ähm, kree, kree. Jo, wir müssen auf alle Fälle stärker werden, besser werden. Ich brauche Level Ups, also Stufe aufgestiegen, ohne Ende. Jo. Es wäre auch gut, unten diese Kampfmaschine auszurotten, aber ob wir das so aus dem FF hinkriegen, ist eine Frage. So, Pflanzen. Ich bin gerade am überlegen, ob wir anfangen sollten, hier solche Heilkräuter zu verknuspern. Weil, ich glaube, verarbeiten können wir die gar nicht alle. Was schmerzt da hinten? Nom, 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 nom. So, da vorne haben wir wieder einen Viech. Da haben wir auch den Converter, glaube ich. Na, ihr misst Viecher, ihr Elendigen. Zack, zack, zack. Da drüben ist das zweite Mistviech. Ja, komm her. Schau, wie wir da kaputt gemacht haben. Ja, komm her. Ja, komm. Ja, komm. Räche dich. Na? Naja, vielleicht mag er nicht. Dann kommen wir halt zu dir. Und zack. Geht ja. So. Gefährliche Gegend. Yep. Meine Gute, das kannst du laut sagen. So. Dann, Spielstand speichern. Ähm, neuer Spielstand. Hier drunter. Ja. Bitte. Passt. Und weiter geht's. Schwierig, so eine dreckige Kampfmaschine. Ich hoffe, wenn ich den pull. Nein. Den Kampf schlagen wir gemeinsam. Das glaube ich weniger. Dass da irgendwas geht. Würdest du bitte den nicht so gut hauen? Ich muss noch was saufen. Ja. Au. Vielleicht geht das, ja? Nee, ich denke, vielleicht auch. Vielleicht kann ich noch mal was trinken. Au. nur ein bisschen mehr aushalten. Du war aber schon mit dem Helm. Komm, ein Schlag noch. Meine Lieben, das geht. Du, mit dem Helm ist das machbar. Ganz ehrlich gesagt. Mit dem Helm ist das machbar. Ich meine, ich habe jetzt alles versoffen, leider. Aber mit dem Helm ist das machbar. Dass wir diese Kampfdinger schon besiegen können. Ich muss ganz ehrlich sagen, das freut mich. Da bin ich auch gewillt, den unteren zu blätten. Ich wollte mich nur kurz umschauen. Da sind noch ein paar Viecher. Ein paar viele Viecher. Drei insgesamt. Es geht aufwärts. Komm, Energie. Sehr gut. Komm nur her, Viecher. Aha, du nimmst zu, Frostick. Gesterben, du Saufig. Nichts wie raus hier, da ist es zu kalt. Gut. Das, äh, ergibt neue Erkenntnisse. Nicht nur, dass ich wieder am Frecken bin. Das ist gut. Das ist sogar mehr als gut. Wie weit ist noch bis zum Level up? Oh, ist schon noch ein ganzes Stück. Ist schon noch ein ganzes Stück. Und wir sind ganz schön schlimm angeschlagen eigentlich. Zwecks Trinken mäßig. werden wir da auch nichts mehr haben, Gescheites, glaube ich, weil jetzt war ich sehr verschwenderisch. Ähm. Ich fürchte, das war nicht die schlaueste Idee von mir. Aber den Kampf Dingens da unten umzubringen, wäre super. Ich werde hier mal kurz speichern. Ähm, wieder einmal verbrate ich alle Ressourcen, die wir haben. Und die nächsten Tränke, die wir finden, muss ich wirklich eiserns sparen. Das geht gar nicht anders. So, ich verstecke mich mal. Achtung! Sofern sie mich lässt. Komm, dann erwischen wir. Oder auch nicht. Komm! Scheiß Energie. Ich hasse Energie. Energie ist echt das allerletzte. Wow. Ich bin schon wieder hergerichtet. Ich bräuchte ein Plätzchen zum Schlafen. Ganz ehrlich gesagt. ob wir da oben fündig werden. Ein Schlafsack würde mir voll und ganz reichen. Das hier ist keine gute Idee. Ich hab... Was? Jetzt hör auf! Ohne Worte. Ich bin nur da runter. Weiter. So leicht bricht man sich das Bein. Ist ja schlimm, echt. So. Also schnell verstecken gehen. Achtung! Und ein Steam schlucken. Geht ja. So, muss das ausschauen. Was auch cool wäre, mal speichern natürlich, wäre ein Teleporter gleich hierher. Normal war bisher immer so bei jedem Konverter auch ein Teleporter, ne? Eigentlich. Da oben war ich auch noch nicht. Vielleicht... Gibt's was Nützliches für uns? Auf jeden Fall eine Blüme. Ein mächtiges Heilkraut. Ja. Tote Hose. Die Krähe sagt's. Absolut tote Hose. Da ist niemand. Okay. Ähm... Wir sollten aber vielleicht trotzdem das Gebäude da oben erkunden. Ähm... Vielleicht gibt's da was Interessantes für uns. Vielleicht sind ein paar Heiltränke da oder noch ein paar Gegner für uns. Ich hör da grad was. Gata! Da ist so was schon. Ein Wühler. So. Ein Wühler. Und da vorne haben wir ein... ein Übel. Das Fick ist immer so stark, ne? Dieser Rotmull. Komm, du kannst das! Jawoll! Gut gemacht! Sehr gut, meine Hübsche. Sehr gut. Das ist speicherungswürdig auf alle Fälle. So, allein die Erfahrungspunkte, die wir kriegen, die will ich nicht mehr hergeben. Das hat sie sehr gut gemacht. Den Wühler... Okay, da haben wir Gegner. Das wieder mit Vorsicht zu genießen. Ich glaub, da drüben waren auch welche. Wieder so ein... Ries du Scheiße. Ja, ja. Das war klar. Okay, ähm... Das war klar. Halt, das wollte ich nicht. Egal. Dann laden wir halt. Ähm, das wollte ich eigentlich nicht. Verrecken, meine ich. Ich wollte vorher was essen. Das wäre auch nicht schlecht. Dann würden wir sagen, essen wir mal was. so, und zwar, was hätten wir denn noch? Ähm, Schnaps, also ein Apfelschnaps, die Konservendose können wir verknuspern. Ich glaub, dann passt das schon mal. So. Ähm, da wollte ich lang. Hier hab ich übersehen ein kleines Heilkraut, glaub ich. Ja, ja. Mach mal gnädigste. So. Dann einmal den Dreier. Und einmal Rühler. Verhauen. Ja, ja. Musch, musch. Sehr gut. Ah, da kommt der Nächste. Oder auch nicht. Hat's hingehauen? Ich glaub nicht, ne? Ähm. Ha. Au. Passt. Die haben wir jetzt beide erledigt. Dann wär gut gewesen, da drüben. Also einmal speichern, natürlich. Boah, das sind Gegner, ne? Aber es ist gut so. Die brauchen wir eh. Boah, ey. So, ne? So. Hä? Jetzt. Achtung! Naja, das soll nur kummern. Schau! Der zweite Hälscher scharren auch. Das dauert halt nur ein bisschen. Alter. Immer diese fehlende Energie. Okay, das sind jetzt aber sehr viele Hälscher. Sehr viele. Bloß Fühler. Ah, Rotmark halt. Alter, da schlägt meine Freundin. Du Saukerl. So. Meine Freundin darf nicht schlagen. Boah. Das war ein Scherz. Es gibt keine Gewalt in der Familie. Also zumindest in meiner Sicht. Aus. Sowas Uneinhaftes macht man nicht. So. Also. Looten, looten. Ich bin schon wieder voll fertig. So wie es aus. So wie es so wie immer halt. So wie immer. Was jamme ich da rum? Ich schau aus wie immer. So. Was hätten wir noch? Wiesenkraut. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. So. Dann heilen wir uns schon langsam. Und dann schauen wir mal. Zwecks Loot. Plasmazelle. Das Fisch da drüben ist aber, wäre gut wegzutun, ne? Es wäre echt gut, das Fisch aus dem Weg zu räumen. So. Speichern wir mal das Ganze. Dann könnten wir mal testen. Das war die falsche Taste. Aber wir könnten ja mal testen, was eigentlich unser Geister-Sensei so kann, ne? Würde ich sagen. Probieren geht ihr aber studieren. Oder? Du, der ist gar nicht schlecht. Die ist gar nicht schlecht. Hoppala. Wenn man halt was trifft, ne? Was natürlich die Voraussetzung sein sollte. Naja. Da bin ich. Schön. Die macht echt nicht wenig Damage. Ich will sogar behaupten, ich bin entzückt. Ich bin echt entzückt. Nicht gut. Gar nicht gut. Doch, der ist hin. Das ist gut. Eigentlich sogar sehr gut. Schrottplatz. Oi. Da direkt. Das ist nicht gut. Ah. Da müssen wir mal schnell weg. Konnte die spucken? Ich weiß es gar nicht mehr. Wo ist sie hin? Bleib hinter mir. Jetzt habe ich nur gesagt, sie kann spucken, ne? Oh, sie kann spucken. Sehr gut. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Boah. Ich bin fast hin. Dabei wollte ich eigentlich nur schauen, ob wir das Glück haben. Und ob wir hier einen Schlafplatz finden könnten. In Wirklichkeit bin ich schon wieder am Abnippeln. Wie immer. So. Ähm. Ja. Was sonst? So. Aber ganz ehrlich, so ein Schlafplatz wäre echt mal was Feines. Ich habe schon Angst, den nächsten Schritt zu tun. Kommen wir hier eigentlich hoch? Ja. Ja. Das klappt schon mal. Ich habe schon vor, ich höre das überlegen. Was? Nein, das wurde nicht. Puh. Ich war eigentlich nur darauf, weil da hat es Ausschluss, wenn man da irgendwie weiterkommen würde. Oh, bitte. Hoi, lecker. So. Ach so, da gäbe. Wäre eine Stiege auch gewesen. Okay. Beim nächsten Mal. So. Aber wir haben natürlich kein Glück. Natürlich haben wir kein Glück. Wäre auch zu schön gewesen. Ich höre eine Assel. Zack. Sehr gut. Ich wollte eigentlich nur einen Schlafplatz haben. Mehr wollte ich gar nicht. Eine Truhe. Passt dir nochmal auch auf. Selbstverständlich. Ja, da hast du recht. Wir nehmen Klopapier und Zigaretten mit. Nur ein Schlafplatz. Nur ein Schlafplatz. Oh. Wow. Da wollte ich noch nicht runter. Jetzt kann ich mich gerade noch so retten. Glück im Unglück, würde ich mal sagen. Energiezelle, Dietrich. Ich meine, ich würde mich auch auf der Couch da gemütlich machen. Ich hätte ja kein Problem damit. Zigarettenstange. Guter Becher. Da ist wieder nichts. Da geht es nur weiter rauf. War das mal eine Raketenabschussbahn? Es würde ja eigentlich danach ausschauen, ne? Es würde ja uns auch nicht wundern. Jetzt wieder mal die Frage. Hoppala. Ob es irgendwas für uns gibt. Oder da ist nur Gerümpel, ne? Na. Sonst ist da, glaube ich, nichts. Tja. Ein Arztl hätten wir da. Aber sonst... Nix. Ah. Spind. Gut erhaltene Konservendose. Nehmen wir natürlich gerne mit. Sonst ist da nix. Du kannst machen, was du möchtest. Gibt es hier vielleicht? Spind. Jawohl. Guter Becher. Guter Teller. Da ist vielleicht auch noch ein Spind. Klopapier, Zigarettenstangetl. Karl-Larns Hammer. Schön. Bürosessel, Bolzen. Die haben hier nur Sofas zum Schlafen gehabt, ne? Die Armschweine. Dab, dab, dab. Oh. Gruselig. Ja. Das kann man so sagen. Dann geht es hier drüben raus. Dab, 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 dab. Okay, da ist nur Gerümpel. Ich dachte schon. Da wäre ein Monster. Schön. Da ist wieder nix. Ich speichere mal lieber. So. Ich schaue mir das mal von unten an. Ja. Da ist nix. Ah, da sind wir. Okay. Gut, das war ein Schuss in den Ofen. Wie zu erwarten. Dann könnten wir noch Glück haben, dass da oben vielleicht... Halt, da ist noch was zum Looten. Wie konnte ich nur? Da oben vielleicht noch was. Ansonsten haben wir hier keine... Keine Heilmöglichkeiten. Wow. Kampfmaschine. Sehr schön. Passt. Sehr gut. Noch eine Kampfmaschine. Zweimal Schrottkübel. Alles klar. Gut. Das lief gut. Dann speichern wir das Ganze nochmal. So, und dann schauen wir uns bei dem Gebäude da noch um. Ich hoffe, dass es was zum Heideln gibt. Das wäre sehr schön. Ich sehe zumindest mal eine Truhe. Was haben wir da Schönes drin? So, vielleicht. Nein. So, vielleicht. Auch nichts. Ja, ja. Okay, das war auch nichts. Das war wohl nichts. Jaha. So, vielleicht. Und so. Jetzt haben wir es. Zu einfach. Nein, finde ich nicht. Zu viele Dietriche verbraucht. Schnaps, Sappelwasser. Aha, wieder ein Stim. Metallschrott, Klebeband und Explosivbolzen. Nehmen wir alles mit. Ein Heiltränkchen. Da sind wir auch froh. Geschoss, Zigaretten. Metallschrott. Sehr gut. Nehmen wir gerne mit. Haben wir da oben irgendwas. Tolles. Kleiner Energiespeicher. Sonst schaut es eher ärmlich aus. Alter, ich bräuchte nur einen Schlafplatz. Echt. Hier im Willen ist auch nichts. Oh. Pff. Alter, ich sollte aufpassen. Hier haben wir auch nichts. Okay. Ich dachte, hier geht's rein. Das stimmt nicht. Das stimmt in keinem Falle. Aber dafür nehmen wir die damit. So. Gut. Schlecht. Eigentlich ist das schlecht. Wir haben immer noch keine Schlafmöglichkeit. Und das Viech da hinten ist noch mehr übel. Wenn es spucken kann, ist das nicht gut. Zumindest ein Begleiter kann spucken. Das weiß ich. Naja. Wir werden jetzt mal... Haben wir schon angegriffen. Ich wollte jetzt einfach mal den Part beenden. Und auf das Beste hoffen, ihr Lieben. Das war's wieder für heute. Ich bedanke mich von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag. Einen schönen Abend. Je nachdem, wie ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi.